So, liebe Sportsfreunde, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe 1892, der Selbsthilfegruppe für alle Hertha-Fans, die kurz davor sind, Alkoholiker zu werden oder was auch immer zu tun, weil sie einfach damit nicht mehr klarkommen, was unsere Mannschaft hier abliefert. Es ist schwerer denn je, Hertha-Fan zu sein, es ist peinlicher denn je und mir fehlen einfach nur die Worte. Wir können ja mal eine Gesamtüberschrift für das Spiel nehmen und die möchte ich dann später erst analysieren, aber meine Gesamtüberschrift für diese ganze Partie, für die gesamten letzten Wochen, vielleicht sogar für die gesamten letzten zwei, drei Jahre ist, wir sind einfach keine Mannschaft. Oder was heißt wir, ich zähle mich ja nicht dazu, ich bin Hertha-Fan, ich bin kein Fan von den Spielern. Die Spieler sind keine Einheit, es ist keine Mannschaft. Ich habe gerade einen Kommentar verfasst auf Hertha-BSC-Instagram-Account und habe geschrieben, also dafür gibt es keine Ausreden mehr, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist einfach kein Team, vielleicht sollte man sich den Rest der Saison in einer Art Camp oder Bootcamp zusammenschließen, wo wirklich die gesamte Mannschaft ihre Freizeit miteinander verbringen muss, weil das sind wirklich nur Einzelakteure. Ich sehe da keinen, der mal einen anderen mitreißt. Ich sehe da keinen einzigen, der nicht noch gesehen hat, der mal wirklich einen angeschrien hat, es war wirklich das einzige Mal, dass ich es gesehen habe, gut, wir sehen immer nur da, wo der Ball ist. Ich war jetzt nicht im Stadion, aber der Einzige, den ich mal gesehen habe, der da mal einen Mitspieler angeschrien hat oder auch mal hier irgendwas gefordert hat, war Mittelstädt. Und Mittelstädt war früher nicht dafür bekannt, hier der Mitreißer zu sein. Also unabhängig von der Leistung ist die Körpersprache und die Art und Weise, wie wir verloren haben, ganz, ganz gruselig. Und ich werde darauf später nochmal genauer eingehen. Lasst uns erstmal zu dem Spiel kommen. Es ist eine Katastrophe. Wir haben heute gegen den Letztplatzierten gespielt. Bei allem Respekt. Das soll nicht despektierlich sein. Wir sind ja anscheinend noch schlecht, aber wir haben verloren. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die in 21 Spielen es geschafft hat, nur zehn Punkte zu holen. Klar, jetzt ein paar Spiele waren ein bisschen Aufwind. Auch das 4-1 war nicht so schlecht gegen Wolfsburg, wie man dachte. Aber ey, die haben gegen Wolfsburg verloren. Eine völlig verunsicherte Truppe bis zur letzten Woche haben die 4-1 verloren. Und die haben die meisten Gegentore in der Liga, die haben die schlechteste Tordifferenz in der Liga, die haben nach 21 Spielen zehn Punkte geholt. Und ich habe vor dem Spiel noch gesagt, ja, das ist ein Spiel, das zweite Sechspunkte-Spiel, wenn man schon nicht gegen Bochum gewonnen hat. Jetzt kann man wahrscheinlich sogar sagen, können wir froh sein, dass wir gegen Bochum einen Punkt geholt haben, so wie die gegen Bayern gespielt haben. Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Die haben ja gegen Bayern nicht so gespielt wie gegen uns. Und jetzt kann man, ja, jetzt musst du dir ganz ehrlich sagen, wir haben zwei Sechs-Punkte-Spiele gehabt und haben einen Punkt geholt. Wir haben in der Rückrunde fünf Ligaspiele gehabt und 2022 noch nicht ein Spiel gewonnen. Wir haben sogar sechs Pflichtspiele gehabt und haben daraus zwei Punkte geholt. Also wenn du jetzt mal einen Punkten ummünzen willst, waren das 18 Punkte, wenn man DFB-Pokal drei Punkte dazurechnen will, haben wir zwei Punkte geholt. Und das gegen Gegner wie Fürth, Bochum, Wolfsburg. Nächste Woche kommt Leipzig. Also ich sage euch ganz ehrlich, das wird ein Abstiegskampf bis zum 34. Spieltag. Ich hatte mir ja überlegt, das will ich eigentlich auch machen, aber ich muss mir erst mal überlegen, wie weit, ja, wie weit unten wir dann hinten drin sind. Ich hatte eigentlich überlegt, nach Dortmund zum Auswärtsspiel zu fahren am letzten Spieltag. Aber ich weiß nicht, ob ich das zweite Mal in meinem Leben eine Auswärtsfahrt machen will, wo ich einen Abstieg mit erlebe, wie damals in Düsseldorf. Weiß ich nicht, ob ich mir das antun will. Aber schauen wir mal, darum geht es ja jetzt auch nicht. Es ist einfach, wir haben diesen Kampf null angenommen. 0,00 und ich weiß jetzt nicht, ob es am Trainer liegt. Es liegt wahrscheinlich an allem. Du kannst nicht sagen, es liegt nur am Trainer. Du kannst nicht sagen, es liegt nur an gewissen Spielern wie Schwolo. Du kannst nicht sagen, es liegt nur am Manager. Es liegt an allen. Und es wird nicht besser. Ich sehe eher immer mehr Rückschritte, um ehrlich zu sein. Ich sehe immer mehr Rückschritte. Und sind wir mal ganz ehrlich, wären Stuttgart, Augsburg und Fürth nicht so schwach diese Saison, dann wären wir wahrscheinlich unter den letzten Dreien. Dann wären wir unter den letzten Dreien. Das Problem ist, dass man sich natürlich immer alles auch schönreden kann. Trau nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Im Endeffekt, wenn ich mir die Statistiken angucke, sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber das spiegelt nicht das tatsächliche Spiel wieder. Wir haben 18 zu 26 Torschüsse für uns. Wir haben ein Kilometer mehr Laufleistung, wahrscheinlich alleine durch Darida, der mal wieder spielen durfte. Wir haben mehr Pässe gespielt. Wir haben eine bessere Fehlpassquote, also weniger Fehlpässe. Wir haben mehr Ballbesitz mit 59 Prozent. Wir haben 53 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Weil die entscheidenden Zweikämpfe haben wir eben definitiv nicht gewonnen. Diese ganzen 50-50-Situationen haben wir allesamt verloren. Was ich noch gegen Bochum in der ersten Halbzeit so gelobt habe, dieses Doppeln, dieses, ja, wenn ein Gegner kommt, zu zweit auf den gehen. Wir haben jeden wichtigen Zweikampf, jeden wichtigen Zweikampf haben wir verloren. Da ist eine Statistik dann am Ende irrelevant. Die wichtigen Zweikämpfe haben wir verloren. Und wir haben auch, klar haben wir in der zweiten Halbzeit nochmal uns ein paar Chancen erarbeitet. Aber ey, Kreuter Fürth hatte auch wahnsinnig riesige Chancen. Zwei, drei Mal haben wir auf der Linie geklärt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Kreuter Fürth hier glücklich die zwei Tore erzielt hat. Klar kommt da auch ein bisschen Pech mit hinzu, dass es so ein frühes Gegentor gab, dass der Handelfmeter, dass man vielleicht, wir am Ende noch hätten, einen Elfmeter bekommen. Aber die Leistung an sich stimmt einfach nicht. Das ist nicht böse gemeint. Aber wir haben hier eigentlich gegen Zweitligisten gespielt. Wir wussten alle, worum es geht. Eigentlich sollten auch alle Hertha-Spieler wissen, worum es geht. Wir haben mal wieder, seit einem Jahr höre ich ja immer nur, wir haben super trainiert. Wir trainieren immer super. Aber das auf dem Feld ist einfach was komplett anderes. Und klar gab es zeitweise Fortschritte, was den Offensivfußball angeht. Aber was bringt uns das am Ende, wenn wir unter Korkut besseren Offensivfußball spielen, wenn wir am Ende abstrengen? Es bringt uns gar nichts. Diese Mannschaft ist für mich einfach tot. Ich sehe da kein Leben drin in dieser Mannschaft. Ich sehe da kein Leben. Selbst Fürth, die eigentlich, man sagt sich so, ey, die sind so gut wie abgestiegen. Die haben sich vielleicht sogar mit ihrem Schicksal schon abgefunden. Aber da rennt jeder für jeden. Das ist ein Team. Da wird gedoppelt. Da werden Eins-gegen-eins-Situationen gewonnen. Und das hat man bei uns einfach nicht gesehen. Es fing an mit dem ersten Zweikampf. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich wollte nochmal gucken, war das jetzt ein Fehlpass von auf Darida? Ist Darida falsch gelaufen? Was auch immer. Auf jeden Fall war Darida bei einem Pressschlag zu spät. Ich hatte erst gedacht, vielleicht muss man da Foul an Hertha pfeifen. Aber tendenziell würde ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt neutral betrachte und nicht aus Hertha-Brille, war es, wenn dann, eher ein Foul von Darida. Gab da einen Vorteil. Der Ball kommt auch noch glücklich aus dem Fallen. Genau in den Lauf von Rigota. Ich glaube, da stand Gech da zu weit weg. Zack, 1-0. Ich sage auch ganz ehrlich, da mache ich Schwolo jetzt kein Vorwurf. Aber ein guter Keeper wie Manuel Neuer hat dann ein Knie oder einen Fuß dran. Wir haben es beim Torwart Linde heißt er, glaube ich, von Greuther Fürth gesehen. Der hat eine ähnliche Situation von Belfodil, der auch ein bisschen spitzer im Winkelstand gehalten. Der war nicht so platziert, der Schuss. Muss man nicht halten. Aber das ist halt sehr, sehr oft so bei Schwolo, dass er Bälle durchlässt, wo man immer sagt, muss er nicht halten. Ist kein Torwartfehler, aber könnte man auch mal halten, wenn man in Topform ist. Gut, der ist jetzt nicht in Topform. Will man ihm nicht ankreien. Er hat auch ein, zwei Bälle gut gehalten. Aber da ging es schon wieder los. Dann hatten wir eine Chance eigentlich von Belfodil. Die war wirklich groß. Die hat er sich auch gut erarbeitet. Aber sonst sehr, sehr viel Stückwerk. Immer wenn Maolida mal eine tolle Bewegung gemacht hat, dann wieder einen Fehlpass. Und wir haben auch nicht so eine schlimme Fehlpassquote. Aber immer der letzte, immer der entscheidende Pass war nicht nur ein normaler Fehlpass, so kann mal passieren, sondern war ein katastrophaler Fehlpass. Also blind, ein Drei-Meter-Pass, der einfach fünf Meter in die falsche Richtung geht. Solche Dinger die ganze Zeit. Unsere Flanken nicht gefährlich. Rechte ausmachen, irgendwie überhaupt nicht besetzt. Wo ich mich auch immer noch frage, was sollte diese Aufstellung schon wieder. Was sollte das schon wieder mit Toussaint? Ich wollte ihm eine Chance geben, aber was soll Toussaint? Nicht mal gegen Fürth kann er zeigen, dass er mehr ist als ein Schattenspieler. Darida habe ich mich auch schon wieder aufgeregt. Aber im Endeffekt war er nicht der Schlechteste. Wir haben nicht wegen Darida verloren, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wenn er den ersten wichtigen Zweikampf verloren hat. Ja, dann weiß ich nicht. Suat Serdar, der muss einfach zentral spielen. Hätte er einfach Toussaint rausgenommen und mit Suat Serdar auf der sechs oder auf der acht begonnen und dafür rechts mit Ikellen kam, ist ja auch egal. Oder rechts mit Richter, der auch wieder nur auf der Bank saß, der aber auch nicht gut gespielt hat, nachdem er kam, sehr egoistisch wirkte. Da hat man auch wieder gesehen, dass es kein Team ist. Also es stimmt hinten und vorne nicht. Dann zweite Halbzeit, ja, wir hatten kleine Drangphasen nach vorne, hatten auch ein paar Torchancen. Jovetic auch einmal aus fünf Metern daneben, wo ich mir auch denke, ey, sowas hat der früher blöd gemacht, der war heute auch nicht gut. Auch ein LKW war heute nicht so gut. Dann kam Selke rein, der hat auch gar nichts gemacht. Ich habe selten so ein Tor ungefährlichen Menschen gesehen. Wie groß ist Selke? Selke ist, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, ich will es jetzt auch nicht an Selke festmachen, aber das war auch wieder so bezeichnend. Selke kam rein mit seinen 1,94 Meter und gewinnt kein einziges Kopfball. Es ist einfach traurig. Ich frage mich auch wirklich, warum man in so einem Spiel, ich weiß, Santi Ascaciba ist auch nicht der beste Fußballer. Der macht auch Fehlpässe, der hat auch nicht die Spieleröffnung, aber der bringt wenigstens den Kampf mit rein. Man sieht jedes Spiel, wo Santi Ascaciba nicht spielt. Das muss man wirklich sagen, müsst ihr mal drauf achten. Der ist nicht der beste Fußballer, weiß ich auch, aber das ist irgendwie der Einzige, der dafür sorgt, dass es wenigstens irgendwie gefühlt ein bisschen Teamkampf gibt. Das ist einfach so, wenn der spielt. Da ist ein bisschen Kampf und in den Partien, wo er dann nicht aufläuft, da fehlt dann häufig einfach der Kampf. Und das war heute auch wieder zu sehen. Und ja, dann Elfmeter gegen Mitti, ich weiß jetzt nicht, die Regel sagt wohl, dass es ein Handelfmeter ist. Klar, vergrößert die Körperfläche. Ich habe das Interview von ihm gehört. Ich muss auch sagen, also als Fußballer, was soll er da groß mit seiner Hand machen? Aber die hängt halt auch weiter. Kann man nach dem Regelwerk anscheinend geben, wenn es die Regel ist, dann ist es halt Elfmeter. Gechter, auch wieder bezeichnend nach der tausendsten Darida-Ecke, nach der tausendsten Darida-Flanke. Irgendwann muss ja mal eine Flanke ankommen. Ausgerechnet ein 17-Jähriger macht das, was kein anderer bei Hertha hinkriegt und macht ein Kopfballtor. Hat damit genauso viele Saisontore wie Selke. Ein 17-Jähriger Innenverteidiger, der mir auch eigentlich noch so mit am besten gefallen hat, auch wenn er ein, zwei Unsicherheiten mit drin hatte. Aber es ist einfach ein Trauerspiel. Ganz am Ende, ich weiß jetzt nicht, bei der Situation, da gab es nochmal ein Handspiel im Strafraum. Ich weiß nicht, ob da vorher gestoßen wurde. Vielleicht hätte man da sogar Elfmeter geben können. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man gegen Kreuter Fürth darauf hoffen muss, in der 93. Minute einen Elfmeter zu bekommen, um das 2-2 zu erzielen, dann hast du als Hertha BSC mit dem Kader einfach auch viel falsch gemacht. Ich sage nur nochmal diese Gegenüberstellung. Das ist nicht disrespektvoll gemeint, sondern ich will einfach nur sagen, dass es wirklich eine Einstellungssache ist, eine Mentalitätssache und eine Teamsache. Wir rennen da mit Belfodil, Jovetic und Suat Serdar auf Meierhöfer, Griesbeck, Viergeber und Ittenzu. Also sorry, Alter, da erwarte ich einfach, dass man das ganz klar für sich entscheidet, das Spiel, was eben nicht der Fall war. Ja, die Interviews habe ich auch gesehen dann nach dem Spiel. Es war für mich schon ein verdienter Sieg, weil im Endeffekt hatte Kreuter Fürth auch in der 1. Halbzeit, aber auch in der 2. Halbzeit immer wieder Situationen, da musste Schwolo eingreifen, da musste einer auf der Linie klären, zum Beispiel Gächter. Also das war teilweise auch knapp, dass die noch höher in Führung gegangen wären. Klar hatten wir auch unsere Chancen, aber auch zu egoistisch, nicht gut ausgespielt und so weiter und sofort. Unsere Ecken wieder völlig ungefährlich, außer die eine da von Mitty. Also es war einfach alles in allem sehr, sehr schlecht. Und ich fand den Sky-Reporter ganz gut. Ich habe mir nämlich gerade die Interviews noch angeguckt. Der fragte sowohl Darida als auch Mitty, ist das eine homogene Truppe? Weil jeder von außen erkennt, das ist keine Einheit. Das ist keine Einheit. Und ich verstehe einfach nicht, wie man das als Bobic nicht erkennen kann, wenn man hier sagt, ja, ich will Mentalität holen und so weiter. Die Mentalität findet sich meistens in der Nachwuchsakademie. Und ob die jetzt schlechter spielen oder nicht, ob ein Gächter dann mal einen Stockfehler hat oder nicht, der gibt alles. Selbst ein Mitty, der mir heute überhaupt nicht eigentlich gefallen hat, aber der gibt alles. Dann Martin Dardai, der ist jetzt gerade verletzt, klar, aber den wollen wir ja auch schon wieder abgeben. Verlänger mit den Jugendspielern, Spiel mit den Jugendspielern, diese ganzen Leute. Es bringt nichts. Selbst die guten Spieler, Njovetic, der super gut war, ein Suat Serdar, super gut war. Die haben einfach nach einer Zeit keinen Bock mehr und haben dann diese Identifikation, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich fand Serdas Leistung heute eine Frechheit, aber die passen sich einfach diesem schlechten Niveau irgendwann von Hertha an und es bringt einfach nichts. Es bringt nichts an Spiel mit denen, die mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Ich kann es nicht mehr anders sagen und ich kann es auch nicht mehr ertragen, diese Konsorten da zu sehen. Ich will jetzt nicht wieder dieses Thema aufmachen, was die alles verdienen, aber es ist einfach wirklich nicht leistungsgerecht, was die Leute da auf dem Platz abliefern. Das sind alles Einzelkämpfer. Wenn Tussar früher mal aufgefallen ist, weil er ein Einzelkämpfer war, weil er für sich als Leistung vielleicht nicht verkehrt war, aber nie im Team gewirkt hat, immer wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Heute hat es gewirkt, als ob elf Leute, die noch nie miteinander Fußball gespielt haben, zusammengespielt haben. Wie man da von einer guten Trainingswoche reden kann, wie man da davon reden kann, dass man jede Woche trainiert. Wie kann man, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben alle früher mal Fußball gespielt, wir hatten zweimal die Woche Training, wo die Hälfte nicht gekommen ist. Wie kann man, wenn man ein Jahr jeden Tag Fußball trainiert, so schlechte Abläufe miteinander haben? Verstehe ich wirklich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man als Team, unabhängig jetzt, wenn der Trainer es nicht sieht, wie kann man als Team nicht irgendwann mal sagen, Alter Darida, jetzt reicht es mal mit deinen Standards. Du hast wirklich wahrscheinlich 300 Ecken geschossen und davon ist keine einzige zu einem Tor geführt. Du schießt jetzt mal ein anderer die Ecken. Wie kann man sowas nicht sehen? Ich verstehe es einfach nicht. Lass uns zur Spielerbewertung kommen. Schwolo. Einen richtigen Fehler hat er nicht gemacht. Einmal sah er ganz, ganz gruselig wieder vom Stellungsspiel aus, wo der Ball dann auch noch pechmäßig über ihn rüber hüpft, wo Gechter dann auf der Linie geklärt hat, hat aber zwei, drei Sachen gehalten. Also an ihm lag es heute nicht. Er ist jetzt nicht der Rückhalt, der uns hier irgendwas gerettet hat, aber es war jetzt auch nicht seine Schuld. Er hat schon zwei, drei Sachen noch ganz gut geklärt. Dem würde ich so eine ganz normale 3,5 deshalb geben. Pekarik. Zwei, drei Aktionen nach hinten waren okay. Ich weiß nicht, warum seine rechte Seite, wo eigentlich Suat Serdar spielen sollte. Er immer alleine war und man muss einfach sagen, der ist 35. Der kann einfach auch die Linie nicht mehr rauf und runter rennen. Der ist nicht der Offensivspieler. Der bringt nicht die Flanken. Der kann nicht ins Eins gegen Eins gehen. Es ist einfach nicht seins. Zwei, drei Mal hat er hinten noch relativ sicher geklärt, aber aufs nächste Level bringt er uns nicht. Erst recht nicht, wenn er da völlig alleine auf weiter Flur ist. Einen großen Fehler hat er nicht gemacht, aber gut war es auch nicht. Ich würde ihm jetzt noch eine 4,5 geben. Niklas Stark war am Rande der gelb-roten Karte, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist irgendwie so wie Licht und Schatten. Ab und dann hat er mal gut gespielt. Dann hat er sich aber auch wieder, wie im letzten Spiel, auch durch zwei, drei Körperberührung so leicht außer Tritt bringen lassen. Ich erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Nilsen oder so. Der ist an dem vorbeigegangen. Also wirklich wie an einer Fahnenstange. Der hat sich überhaupt nicht bewegt. Dann klärt er mal wieder was gut. Dann macht er wieder was schlecht. Also es ist sehr, sehr wechselhaft. Aber alles in allem, das soll unser Kapitän sein. Habt ihr von dem irgendeinen Aufbäumen gesehen? Habt ihr von dem gesehen, dass er hier zu dem gegangen ist, den gerüttelt hat und gesagt hat, kommt jetzt Leute oder irgendwas? Nix habe ich von dem gesehen. Was ist denn das für ein Führungsspieler? Der muss doch Gechter führen und nicht andersrum. Also fand ich ganz, ganz schwache Leistung. Kriegt von mir nur eine 5. Linus Gechter hatte auch zwei, drei Wackler drin. War auch ein bisschen weit weg von Rigota gleich in der ersten Sekunde. Aber für mich hat er sich immer reingekämpft. Hatte zwei, drei Diagonalbälle, wo ich sagen muss Chapeau von einem 17-Jährigen. Nicht schlecht. Hat das Tor gemacht. Allein dafür musste ihm eine relativ gute Note geben. Auch wenn nicht alles perfekt war. Alter, der ist 17, macht sein sechstes Bundesliga-Spiel, macht ein Tor. Hat zwei, drei richtig gute Bälle aus dem Lauf gespielt. Kann ich jetzt keine schlechtere Note geben. Der kriegt von mir eine 2. Mittelstädt war für mich von der Körpersprache mit noch der Beste. Hat auch in der ersten Halbzeit mir ganz gut gefallen. Klar hat einen Elfmeter verursacht. Hat auch sehr viele 50-50-Duelle verloren. Hat oft sich mal durchgesetzt, gerade in der ersten Halbzeit. Der letzte Pass hat dann in Abstimmung mit Maulida irgendwie nie gestimmt. Aber gut war es auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also es war trotzdem durchgefallen. Auch wenn der so die höchste Formkurve hat, auch wenn ich bei dem die Körpersprache gesehen habe, kann ich den jetzt nicht besser bewerten. Er kriegt von mir auch nur eine 5. War einfach nicht gut. Die 5 kriegt er nur wegen der Körpersprache. Ja, Toussaint. Also dieses Wort Schattenspieler ist für mich, ja, das ist das, was ihn beschreibt. Ich habe zwei, dreimal einen Zweikampf gesehen, zwei, dreimal einen öffnen Ball, wo man angedeutet gesehen hat, was er kann. Aber ey Leute, das kann es doch nicht sein. Der spielt gegen Greuther Fürth, da muss man mehr warten. Doch einmal habe ich auch eine gute Flanke von ihm gesehen. Aber so oft auch, dass er einen Zweikampf gewinnt und dann direkt wieder einen Fehlpass spielt. Also auch ganz, ganz schlecht für mich. Ist nur eine 5. Hat auch das Spiel von hinten nach vorne überhaupt nicht getragen. Die Lücken zwischen Mittelfeld und Offensive sowohl, wenn wir nach Offensiv umschalten wollten, als auch Defensiv waren, viel zu groß. Das hängt natürlich auch an ihm. Kann ich keine bessere Note geben als eine 5. Darida, muss ich sagen, erste Halbzeit, wie gesagt, diesen Ballverlust da gemacht, war jetzt nicht schlechter als die anderen. War auch nicht groß besser. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen Darida verloren haben, auch wenn ich den gerne mal wirklich auf der Bank sehen würde, weil der wirklich überspielt ist. Aber ich muss sagen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo es das Aufbäumen gab, die zwei, drei Bälle, die gut gespielt wurden in der Offensive kam von ihm, obwohl das eigentlich gar nicht seine Stärke ist. Weil ganz oft haben wir in der Offensive durch die Mitte gespielt, wo ich mich gefragt habe, Alter, da ist alles zu, da ist alles zu. Und die spielen andauernd durch die Mitte, weil keiner von uns außen stand. Das war genau das Problem. Und Darida hat dann zumindest in der zweiten Halbzeit seine schöne Flanke da gemacht, hat wieder tausend Standards getreten, die ungefährlich waren. Hat aber auch zwei, drei Bälle ganz gut nach außen verteilt, wo andere wie Toussaint und Jovetic immer durch die Mitte gehen wollten. ist er jetzt besser gewesen als Toussaint wegen seinem Assist. Ich weiß nicht, eigentlich kannst du dem auch keine bessere Note als eine 5 geben wie allen anderen. Vielleicht eine 4,5, aber ich würde tendenziell dann, ja komm, geben wir eben eine 4,5. Suat Serdar hat heute eigentlich selbst begründet, warum er letztes Mal auf der Bank saß. Wir haben uns das alle gefragt. Wenn er so im Training ist, dann braucht er sich nicht wundern. Ist genau dasselbe, ist genau dieselbe Formkurve wie bei Kunja. Kam an, war mit Abstand der beste Fußballer, bei uns, hat jedes Spiel, egal wie schlecht die Mannschaft gespielt hat, überperformt. Und seit dem Unionsspiel hat er einen absoluten Knacks in der Körpersprache, in seinen Spielbeteiligungen. Es klappt nichts mehr. Der hat keine Konzentration, keine 100 Prozent mehr. Sorry, ich bin ja einer der größten Suat Serdar-Fanboys, aber das war für mich der schlechteste Mann auf dem Platz. Der kriegt von mir ganz klar eine 6. War absolut unsichtbar. War nie auf der Position, die er sein sollte. Es sei denn, Korkut wollte, dass wir ohne rechtes Mittelfeld spielen. War nie außen anspielbar. Wenn er den Ball hat, hat er ihn direkt verloren. Ich habe keine gute Aktion von dem gesehen. War für mich, sorry, wie gesagt, ich bin ein großer Fan, aber war eine klare 6. Maolida sehr, sehr schwankend. Ich weiß jetzt nicht, zwang istläufig, warum er den runtergenommen hat, weil der war der Einzige, der in der Offensive mal diese 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat, der wirklich mal ins Dribbling gehen konnte, an Spielern vorbeigehen konnte, aber das hat auch nichts gebracht. Weil immer, wenn er an jemandem vorbeigegangen ist, hat er danach einen katastrophalen Fehlpass gespielt. Von daher, ja, Ansätze sind da. Der muss einfach mal lernen, wie man Pass spielt. Und der muss einfach mal lernen, wie Automatismen sitzt. Und Spielintelligenz, weiß nicht, ob man sowas lernen kann, hat er irgendwie nicht. Dribbling-Skanner, muss man ganz ehrlich sagen, Dribbling-Skanner, aber so hilft es uns auch nichts weiter. Von daher, besser als Suat Cerda, aber kann ich den jetzt besser bewerten als ein Toussaint oder ein Darida oder ein Mitti oder ein Stark? Eigentlich nicht. Kriegt von mir eine 5. Von wem ich richtig, richtig enttäuscht heute war, war Jovetic. Ich meine, der kann auch nicht immer alles rausreißen. Ist ein fantastischer Fußballer, aber war sehr, sehr enttäuscht. War oft zu egoistisch, schwach im Abschluss, schlechte Pässe. Auch diese Kombination mit Belfodil hat überhaupt nicht geklappt. Ja, Fürth hat es auch ganz clever gemacht, aber gegen wen, wenn nicht gegen Fürth, muss es mal klappen. Also mal ganz ehrlich, Jovetic hat mir überhaupt nicht gefallen. Würde ich tendenziell sogar noch schlechter bewerten als Darida, Toussaint und Stark, weil da eher noch ein paar bessere Aktionen waren. Aber Jovetic hatte auch die gefährlichsten Aktionen, einen Pfostenfreistoß, eine Riesenchance, die er sich ja trotzdem erarbeitet hat. Deswegen würde ich ihm noch eine glatte 5 geben. Genauso wie Belfodil. Der hat wenigstens ein, zwei Chancen sich erarbeitet, aber auch Bälle verloren. Hat es immer wieder versucht, sich auch fallen zu lassen. Aber auch da hat es heute irgendwie überhaupt nicht gestimmt beim LKW. Würde ich tendenziell vielleicht einen Ticken besser sehen als Jovetic in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sehr, sehr abgeflacht. Weswegen es dann Korkut auch noch mal mit einem Wechsel versucht hat. Ach, es fällt mir so schwer, aber ich kann hier keinem eine bessere Note geben. Es war auch nur eine 5. Sorry. Das sind einfach alle durchgefallen heute. Ja, Marco Richter kam rein, hat für Leben gesorgt auf jeden Fall, aber sehr, sehr egoistisch. Hat mir gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, seit wann der so egoistisch ist und aus so unnötigen Winkeln direkt schießt. Macht überhaupt keinen Sinn. Habe ich überhaupt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, hat Leben reingebracht, aber das war auch keine Teamleistung. Wenn man in einer defensive Teamleistung bemängelt, dann muss ich es auch in einer Offensive bemängeln und die war definitiv da nicht gegeben. Aber hat das Spiel halt belebt, würde ich eine 4,5 geben. Björkhan kam dann rein als Rechtsverteidiger für Pekarik, um halt mal ein paar mehr Ansätze auch nach vorne zu machen. Hat teilweise geklappt. Der war auf jeden Fall umtriebig, aber viele Fehlpässe, viele 50-50-Situationen in Zweikämpfen auch verloren. Wirkte nicht immer so spritzig irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich für ihn auch schwer. Er muss sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, aber weitergebracht hat es uns ja trotzdem nicht. Deswegen würde ich dem auch nur eine 5 geben, war immer eine Weile auf dem Feld. Selke, also sorry, Selke. Also sowas Ungefährliches habe ich noch nie gesehen. Es gab auch wieder eine Kontersituation, die anderen waren jetzt auch nicht besser, die haben auch diese Fehlpässe gespielt, aber es gab eine Kontersituation. Alles frei und der spielt zum einzigen Gegenspieler. Geht zu Kopfballduellen, geht da nicht mal hoch. Also war für mich gar nichts. Wenn er so viel Adrenalin hat, um im Training hier Mittelständ eine Forst zu geben, dann soll er das Adrenalin immer aufs Feld bringen im positiven Sinne. Es gab eine Situation, da kam eine scharfe Flanke, ich glaube von Mitti. Und das ist halt nie am richtigen Punkt. Klar, die Flanke war nicht perfekt getimt, aber gute Stürmer stehen halt immer richtig. Und er steht halt irgendwie immer falsch, wenn so eine Bälle reinkommt. Immer. Ja, deswegen kannst du ihm auch nur eine 5 geben. Dong Jun Lee war zu kurz drin, wenn gleich sein Auftritt deutlich besser war als die halbe Stunde gegen Bochum. Ja, alles in allem gab es wenige. Lichtblick gab es eigentlich nicht richtig. Höchstens, wenn du sagen willst, Gehter, Schwodow hat zumindest keinen Fehler gemacht, aber älter Leute, das ist das Enttäuschendste, was ich je gesehen habe. Und ja, mir fällt da nichts anderes mehr ein, als, ja, es sieht ja anscheinend jeder, nicht nur ich sehe das, nicht nur ihr Hertha-Fans seht das, auch ein Sky-Kommentator sieht, das ist keine Truppe. Das ist keine Truppe, das muss man natürlich auch Bobic ankreiden bei diesem großen Umbruch. Das kann alles nicht von heute auf morgen klappen, ist mir klar. Aber langsam sieht man auch, dieser Korkut-Effekt war wahrscheinlich noch kürzer als erhofft, nämlich gefühlt nur drei Spiele und der liefert einfach nicht mal ab. Und wir müssen uns wirklich fragen, ich weiß, es kommt kein Trainer mehr zu uns, aber wir müssen uns wirklich fragen, bei dem Spiel, es war vielleicht unterhaltsamer als unter Dardai, aber wir haben, wie gesagt, in der Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen von sechs. 18 mögliche Punkte in dem Sinne, wenn man DFB-Pokal dazurechnet, zwei Punkte geholt. Ey Leute, also ganz ehrlich, wie lange will er an ihm festhalten? Nächste Woche werden wir definitiv nicht gegen Leipzig gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen, außer es kommt wieder auf einmal so eine Leistung wie gegen Dortmund. Aber wo soll die herkommen? Wo soll die herkommen? Wo soll dieses Selbstbewusstsein herkommen? Ich weiß es einfach nicht, Leute. Und das Problem ist halt, wir werden auch gar keinen anderen Trainer mehr auf den Markt kriegen. Gladbach hat heute wieder gewonnen, Andi Hütter fest, welcher Trainer tut sich das jetzt an? Da wird erst, wenn wir eine langfristige Lösung finden, erst einer kommen, der im Sommer sagt, ja komm, im Sommer, wenn die noch in der Bundesliga sind, tue ich mir das an. Aber ich bin eigentlich auch kein Freund andauernd, den Trainer zu wechseln. Es liegt ja auch hauptsächlich an der Mannschaft. Aber die Frage ist wirklich, was kann man da jetzt noch für einen Impuls setzen? Der Einzige, den ich mir noch vorstellen könnte, wäre Michael Hartmann aus der U19. Die rasieren ja relativ gut gerade. Ob der dann wirklich auch ein guter Trainer für die Bundesliga wäre, weiß ich nicht. Aber es wäre wahrscheinlich die einzige Alternative, die man noch hat. Ansonsten kann ich wirklich nur appellieren, das ist keine Mannschaft. Ich hätte schon längst mal mit denen irgendwie so einen Mallorca-Sauftrip gemacht oder so, wo die einfach mal alle sich zusammenschweißen. Kannst du jetzt nicht mehr machen in der Saison? Dann mach irgendwie ein Bootcamp. Verpflichtet, geh irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, irgendwo nach Brandenburg in eine Hotelanlage mit Fußballplatz. Trainier da jeden Tag und zwing die alle jeden Abend Gemeinschaftsspiele zu machen. Und was weiß ich, dass sie den Abend zusammen verbringen. Können auch Playstation spielen, was auch immer. Dass sie wie in einem Jugendheim irgendwie mal wirklich sechs bis acht Wochen, wie bei so einer Nationalmannschaft, wo du ja auch wirklich in so einem Lager zusammenwächst als Team, als Freunde. Du kannst dich gar nicht ablenken. Du kannst nicht nach dem Training jedes Mal nach Hause gehen und die Zeit dann mit deinen eigentlichen Freunden verbringen, die bei Union spielen oder mit deiner Frau oder was weiß ich oder Party machen. Nee, nur Konzentration auf den Job, auf das Team und Eins werden, eine Einheit werden. Das sind wir einfach nicht. Und wenn wir so weitermachen, ich kann es nicht anders sagen, ich will jetzt wie gesagt nicht den schwarzen Peter hier nur zu Korkut schieben. Da sind alle dran beteiligt, auch das Management, auch die Spieler selber müssen sich am meisten an die Nase fassen. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir absteigen. Egal wie schwach Fürth und Augsburg und Konsorten sind, wir werden so absteigen. Was sind denn die nächsten Spiele, die wir in der Bundesliga haben? Als nächstes spielen wir am nächsten Sonntag. Das freut mich schon wieder mal gar nicht. Sonntagsspiele gehen mir richtig auf die Nerven gegen RB Leipzig. Unser absoluter Angst. Gegner Leipzig kommt auch gerade richtig in Fahrt. Die haben zwar nur 3-1 gegen Köln gestern gewonnen, aber fantastisch in Fußball gespielt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ein Kunku einfach in absoluter Bestform. Danach spielen wir gegen Freiburg. Die haben gerade eine Schwächephase. Wäre wieder typisch, wenn Freiburg ausgerechnet gegen uns dann wieder gewinnen sollte. Freiburg ist sowieso... Wann haben wir das letzte Mal in Freiburg richtig krass überzeugt? Weiß ich auch nicht. Dann 25. Spieltag gegen Frankfurt. Die haben jetzt auch komischerweise wieder verloren. Danach gegen Gladbach. Danach gegen Hoffenheim. Also wo wird es einfacher? Wo wird es einfacher? Wir haben sechs Punkte aus diesen zwei Spielen erwartet, haben einen geholt. Und auch noch in Fürth verloren. Also ich muss wirklich sagen, diese Leistungen sind noch schlimmer als letztes Jahr, wo ich schon davon ausgegangen bin, dass wir absteigen. Ich sage ja immer, ich bin ja immer der Positivdenkende und sage, ey komm Leute, wir steigen nicht ab. Aber nach dieser Leistung, da muss wirklich eine, weiß ich nicht, da reicht nicht mal eine 180-Grad-Wendung, da musst du dich 360 Grad zweimal um dich selber drehen, damit wir da nicht absteigen. Das war ja auch unsere Bestmontur. Klar, ein Kämpfer hat gefehlt, okay. Aber das war unsere beste Aufstellung, die wir hätten mal aufstellen können, so in dem Sinne. Kannst du nur hoffen, dass Lee sich immer weiter akklimatisiert und noch eine große Stütze wird. Aber ich sage euch ehrlich an, die Leute, die sagen, Zweite Liga neu anfangen, das wäre eine Katastrophe. Allein monetär gesehen, was die Fernsehgelder und so weiter angeht, wir haben jetzt schon kein Geld. Das wäre eine Katastrophe. Und ich sage euch, es gibt ganz viele Spieler, die trotzdem, wo die Verträge in der Zweiten Liga gelten, wie bei Schalke. Es wird unfassbar schwer, in der Zweiten Liga wieder hochzukommen. Ich will nicht wie der HSV vier Jahre in der Zweiten Liga rumdüppeln oder noch schlimmer, wie Kaiserslautern werden, die in die Drittklassigkeit abgestiegen sind. Ich bin einfach verzweifelt, Leute. Und ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Schreibt bitte eure Meinung hier in die Kommentare. Ihr seht ja, ich bin nicht mal mehr aggressiv. Ich habe die Aggression im Stream rausgelassen. Ich bin einfach enttäuscht. Ich bin traurig. Ich weiß nicht, warum Hertha es nicht hinkriegt, diesen Verein sympathisch zu machen, weil wir sind einfach nur noch eine Lachnummer. Und ich verstehe nicht, warum sich die... Die Spieler machen es nicht mit Absicht, aber ob da wirklich jeder immer 100 Prozent gibt, ist sehr, 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 sehr fraglich für mich. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Wir gönnen uns Montag die Pressekonferenz voller Phrasen von Korkut. Ich kann mir die jetzt am Wochenende nicht geben. Montag im Stream 21 Uhr. Ich freue mich sehr auf euch. Da gucken wir uns das zusammen an. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt Vorfreude gegen Fürth, weil ich dachte, da wären wir jetzt... Ich war mir sicher, dass wir da gewinnen. Ich habe keine Vorfreude auf nächste Woche gegen Leipzig bei uns zu Hause. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr fortfahren würdet, was ihr zum Spiel sagt. Ob ich die Noten so hart finde, schreibt mir eure Noten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Kommentar antworten. Das ist jetzt meine Selbsthilfegruppe, seid ihr. Und ja, hao he. Und wir sind ja eh blau-weiß, ob in Liga 2 oder Liga 3. Aber es ist einfach traurig. Einfach traurig. Macht's gut. Und wir sind ja. 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 Und